Moin moin Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rocket League Ranked und gegen dieses Team haben entweder Lars und ich schon gespielt oder wir drei schon dagegen weil ich kann mich an Trixi und Upke erinnern ich nicht ich war nicht dabei ich glaub nicht dann war das vorhin mit irgendwem anders ja zu fest wenn das so läuft wie vorhin steht Trixi die ganze Zeit nur hinten drin und fisch jeden Ball raus ne ne putze mich warm warm ist aber auch an der wandsrand vorbeifahrt echt bescheiden manchmal ich habe total im rückwärtsgang gekriegt ja weil du dich noch mal gedreht hast da war keiner wo ich bin zu blöd so rettet man den ball also das tor meine ich nicht den ball alter irgendjemand hat mich voll dran gehinderten vorzuschießen der jannik der mitspieler ich bin die ganze zeit wie so ein motorrad auf zwei reifen hat macht also ja das ist ja ja kutzer kenne ich nicht ja kutzer kennst du das noch was bei der man das macht er doch bis heute noch diese rückkopplung geben wir mega mäßig auf eine schöne ja das ist halt die qualität von glas scheißegal ja du hast es ja auch nicht ich wollte eigentlich gegen den ball springen aber es hat nicht funktioniert du wurdest aufgehalten ja das habe ich noch mitgekriegt und danach warst du eine lange zeit nicht mehr zu sehen für mich eine lange zeit also lange nicht ja oder eine sekunde je nachdem keine ahnung irgendwie was sind am ball verschwunden verschwunden ach scheiße oh nein es passiert doch gerade gar nicht ich wollte ihn drehend kriegen aber irgendwie hat es nicht geklappt ich habe das noch nicht so raus zu fliegen und das auto dabei zu drehen ne das habe ich auch noch nicht so raus weil die wenn du die champs anguckst die das machen ja ja sehr schön wer hat die alas hat die vorlage gekriegt ja guck mal wie cool und lässig einfach da stehen bleibe hat man nicht gesehen scheiße man oh nein ach das oh das ja 30 Sekunden left on the clock. Whoa. ist ein vollidiot einfach nur springen will gerade hoch springt der ball hat nämlich weg ja darum geht es ja nicht das stimmt sehr sehr selten noch einmal gewinnen könnte ich komme ich in gold nicht ja dann kannst du dir nie sicher sein dass ich bin gerade liga ich bin gerade liga 4 silber 3 ja und er hat nicht zu bedeuten dass du mit nächsten weiß was ich bin ich bin ja liga 4 gold 2 dann kannst du auch gleich gold 3 möglich ja was soll er nach silber kommen junge es kann trotzdem sein dass du nicht aufgerankt wird das stimmt vielleicht fehlen zwei säge kann auch sein nein das hat mit siegen nichts zu tun das hat mit deinen punkten zu tun auch nein bei dieser komische wie heißt der schwanz lord dark lord mich weg gefickt hat also ich dachte meins las ist der pfahl wolf das soll ja genau pfahl wohl pfahl und dann wl ff ja mindestens ja oder noch mal am ende pf oder ph pfahl wulps madre was passiert gerade warum ist die nacht weil der gegner eben wird das warte ich hab den hier vorne nein mein auto ist erstmal so 13 14 cm über den boden gerutscht aber hinten auf der karosserie so auf dem bus dann hinten so komplett kerzen gerade 90 grad einfach so gerutscht mit seinem mikro was du denn da juckt sich am ohr gar nicht gar nicht mal so schlecht hat sich am ohr gejuckt oder ist er juckt immer noch am ohr vom ohr auch du wichser und da kommen las ich wollte gerade nach hinten fahren macht er wieder meinen meinen move nach hinten zunichte meine vorlage sehr schön in dieses geräusch von dieser explosion total behindert ach du bist behindert kommt nur so ein plopp das klärt erst klärt das davor ja da baut sich eis auf ja nicht wie du bist da weggeballert hast also das der daneben geht habe ich nicht gedacht was machst du denn da du voll spaßt alter einfach daneben fliegen gibt es doch nicht nein nein scheiße jawohl ja 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 Schade, schade. Schokolade. Jawoll! Ja! Wie geil! Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich auch nicht. Es wäre mir egal, wer den berührt. Aber der Dark Lord hat es nicht mehr geschafft. Der Dark Lord ist ja auch der G-Lord hoch 10. Weil er ist der Lord of the Dark Room. Ja, genau. Nicht der dunkle Lord, sondern... Also Lord Voldemort, meinst du? Ja, genau. Den meinte ich. Nee, ist er nicht. Ach so. Alter, ich zerstör den Sensu-irgendwas. Ich weiß auch, was ich gerade sagen. Nein! Fuck! Ich kam gerade da an, ey. Sensu-düne-Typ. Zerstöre den Sensu-düne-Typ. Ah. Senedoys. Und dann kam Dark Lord und hat mich zerstört. Ich muss dazu sagen, ich habe das gleiche gedacht wie du. Ich habe auch an Sensu-düne gedacht. Ja. Nein! Da war der Sensu-düne-Mann besser dran. Haha, das hat sich gereimt. Haha. Du Poet! Du Poet! Poet! Ich sollte Dichter werden. Kannst du auch Poetry Slam? Nee. Möchte ich auch gar nicht. Gehst du mal weg da! Mann! Nö! Da steht 3-3. Waren die in Führung? Ja. Ja. Wir haben sogar 2-0 zurückgelegt. Ja. Bestimmt. Fällt mir gerade ein. Ich dachte wir werden schon ein Spiel weiter. Nö. Möhm. Möhm. Keine Verlängerung. Bitte nicht. Mann! 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 der kommt gut der kommt gut das war noch nicht mal ein torschuss ich hatte keinen boost nein habt ihr den habt ihr ich da steht einfach am tor und schützt es halte das meinte ich gar nicht böse nein Sensor Dünner, hau ab! Nein! Nein! Ich bin weggefahren, jawoll! Vorlage, wuhu! Sehr geil! Die beste Vorlage geht nicht. Ihr wird ganz schnell nach hinten verzogen. Tschüss! Sehr geil, sehr geil, sehr geil! Nicht so wie beim letzten Mal, wo du mitten im Tor standest. Doch, das warst einmal du und einmal ich. Ja, Gold 3! Gold 3, Leute! Guck, Lars! Ja, jetzt sind Gold 3 gekommen! Ja, und was mit dir? Ich komme in Gold ein! Ja, komm ich beim nächsten Sieg. Ich bin jetzt seit drei Spielen auf Silber 2, Liga 4 und ich bin immer noch nicht hochgestuft worden. Okay. Ah, schau mal. Du kannst noch so gut spielen, wie du willst, das ist echt für'n Arsch. Es ist wrecked. Es ist einfach wrecked. Ja. Aber das Gold 3-Emblem sieht schon cool aus. Hat was. Ja, weißt du was das allergeilste ist? Ich und zwei andere Kumpels, mit denen hat Yannick auch schon mal mitgespielt. Einmal Neroi, also Christophe. Und ich weiß nicht, ob du mit King Pau gespielt hast oder Panda, Lazy Panda. Ja, ja hab ich. Ja, gut. Ähm. Äh, bei denen war es so, wir haben alle drei gespielt. Wir haben zehn Spiele oder zwölf Spiele gespielt. Im Endeffekt waren die Platin und ich dumpel irgendwo bei Silber rum. Ja, das weiß ich noch. Hast du es schon mal erzählt? Ja, das war richtig asozial. Einfach nur. Oh, hör doch mal auf! Alter, ich bin rückwärts extra gefahren. Ich war doch da. Ich war doch da. Ich hab's doch nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich bin rückwärts gefahren. Der Ball war über mir. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab sozusagen mit der Kamera nur nach oben geguckt. Oh. Der kommt ja nur da dran? Das ist doch nid. Ich hab's doch nicht. Hier. Oh. 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 Tja. geflogen ist. Ach, der Typ hat das dicke Batman-Mobil. Ja, das haben viele. Der kommt da. Oh, was? Scheiße. Oh, Yannick. Ist dir wohl auf den Kopf gefallen. Ja. Was, Yannick ist auf den Kopf gefallen? Nein, der Ball. Der Ball. Oh, dann habe ich nicht gekriegt. Weißt du, ich warte extra drei Sekunden, dass der Typ an den Ball geht, ja? Dann will ich an den Ball, kommt er auf einmal angeschossen. Fast. Ach, schade. Ich habe einen Torschuss dafür gekriegt. Was? Ja. What? Oh, der geht aufs Tor, der geht aufs Tor, der geht aufs Tor. Oh, sehr geil. Das war zu leicht gedacht. Der Typ heißt der Püppi. Oh, da war die Ecke. Alter, willst du mich verarschen? Ja, mich auch. Ich bleib schon stehen und der F... Oh nein, der geht genau aufs Tor. Ich bin Batman. Ich war da getötet. Ich habe dafür einen Torschuss kassiert. ich finde das manchmal ganz schön regt für was man ein torschuss kassiert bist du voll unter mir her geschossen ich habe keinen boost wollte nur mal so gesagt haben ich habe ihn gerettet ja sehr schön ja die stehen zu zwei hinten machen hinten voll dicht nein las ich habe die falsche taste gedrückt auszusehen das krasse ist dieser bismo der bleibt hinten und dann ballert er mit einer wucht nach vorne das ist wahnsinn noch 30 sekunden wir müssen ein tor schießen ja das was er kommt mal hoch und runter geschrieben und er wird nicht gewalt da rein gegangen glaube ich oder egal hauptsache drinnen weil Oh, ja. Alter. Oh, du Wichser. Nein! Nein! Wow. Wow. Ja! 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 Ja, ja, scheiße. Wie geil, Alter! Ja, weil der eine ist versemmelt. Boom! Pipsko! Jawollo! Yeah! Gold 1! So. Und dann direkt in Liga 2, weißt du? Und ich bleibe immer noch! Liga 2, Liga 4! Bleib mal drauf! Ich bedanke mich bei Euch fürs Zuschauen. Ich beende an dieser Stelle die Folge. Die Folge. Bis demnächst Jahr. Ich hoffe, Ihr hattet viel Spaß. Wir nennen diese scheiß Folge. Katerl wird's oder ein Korb wird's von... Jedem so wie es gehört. Scheiße! Scheiße! Tschüss!